ja bei leute grüße und hallöchen und herzlich willkommen bei einer neuen folge nicht das noch mal in folge maude blade 2 banner lort ja wie ihr seht ich war gerade bei ihr diese festung zu belagern und es verteilen sich schon so paar einzelne truppen hier und ich dachte mir auch die greifen die an ja natürlich diese fette armee mit 155 schleuten um der ecke könnte schwierig werden ich werde unsere übliche taktik machen einigeln und hoffen dass wir es überleben jetzt natürlich mal schauen was für ein gebiet beziehungsweise was für eine äh was für eine map wir kämpfen oh ein gebirgspass das ist gut da können die eigentlich ihre ihre masse nicht so wirklich nicht so wirklich ausspielen achso so nicht so weit geht gut mein verbogen schützen die ich habe sind natürlich ein bisschen Mist aber aber naja gut werden das pferd schon irgendwie geschaukelt kriegen gut der erste ist schon mal tot das war eh noch mal in Anführung trottel so schau mal wir haben aber auch ganz schön viele Bogenschützen 114 die haben mehr Bogenschützen als egal das ist natürlich nicht gut aber wir tun der ihre Bosse killen das ist schon mal sehr von Vorteil blöde Fliege die ja dauernd rumfliegen gehen nur nervig auf Nerv komm schon oh au au sa sau an hier blöd die 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 Scheiße, die tun mich abholen. Nein, die gehen auf. Weil die sie durchreiten. Ihr werdet niemals an meinem Schildweil-Block vorbeikommen. Ich darf nicht sterben, weil dann tun die die Formation auf touristen. Das wäre sehr, sehr blöd. Komm rein hier. Komm rein hier. Ui. Fuckel. Fuckel. So, ich glaube, ich werde mich mal von meinem Pferd machen. Sehr gut. Sehr schön. Ich gehe noch mal auf. Hier geblieben, ihr Hunde. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das läuft bisher eigentlich ganz nice für mich. Alter, wie die hier von oben gestromert kommen. Oh, das sind die, die fliehen, oder? Von meinem Pferd. Nice. Bisher sieht es ganz gut aus für uns. Ich sehe definitiv mehr grüner rechts. Was gut ist, sie haben auch einen Haufen Rekruten gehabt. So schön, so schön, so schön. Nicht sterben. Nicht sterben. Nicht sterben. Alter, nice. Ja. Nein. Ja. 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 sind das saschen gegeben hier nein jetzt lösen die die formation auf diese idioten scheiße verdammt jetzt rennen die wirklich den gegner in der ja wobei ach du scheiße das sind so viele bisher sind ja eher durch ganz schön viel rot Bogenschütz kommen daher ja mal gucken vielleicht hat das schon was ich erwirken konnte gereicht von mir kommen ja jetzt auch noch ein paar leute nach ja bisher 15 tote gegen 200 ist schon mal ziemlich viel das schöne ist sie kommen ja relativ langsam angeschlappt rennt ihr denn eigentlich hin die rennen völlig an die gegner vorbei oh diese k.i. das ist wirklich dumm manchmal ich will gleich wieder von mir gestorben sind weil die unbedingt hier hoch wollen ernsthaft ja mal gucken bis jetzt jetzt sind die denen in der herre ja versammelt euch werden die bestimmt mit genau darf Bogenschützen auf euch feuern der trottel ich glaube das wird nicht oder wenn dann in der arschknappe kiste die hauen eher ab habe ich das gefühl ist doch mehr grün was sie durchradert dann haben wir mal einige leute mehr und jetzt ab oder hauen die näher ab oder was macht die da k jaja Hier, Jungs, ihr lasst euch beschießen, ne? Das wisst ihr. Macht doch mal was, ihr Trottel. Lasst sie sich von den Bogenschützen beschießen. Oder seid ihr die Bogenschützen? Bleiben hier stehen und machen nichts. Oh, ist das trottelig. Diese KI ist manchmal wirklich ein bisschen sehr... Naja. Trotteln jetzt dort auf den Gegner. Das ist ja zum Haare rauf. Genau, lasst das mal warten, bis die sich ordentlich formiert haben. Hallo, Infanterie. Was macht ihr da? Ich versteh's, ne? Achso, ich hab noch Bogenschützen. Die haben auch noch Bogenschützen. Diese KI ist so dämlich, ne? Jetzt stürmen die. Scheiße, verlierst doch. So ein dämlicher KI. Bleib nicht stehen, lass sie sich beschießen, ey. Ah, Mann, oh. Scheiße. Arsch wieder zu aggressiv unterwegs. Das ist ein Mist. Weiß nicht, jetzt wollen wir wieder unbedingt auf dieses scheiß Bergkoppel-Toch oder was? Tja, da hat's doch die Masse ausgemacht. Wobei, da kommt Verstärkung von meinen Leuten. Aber Rot ist immer noch mehr als Schwarz. Ah, ha, ha, ha. Kommt schon. Ah, da kommt wieder mehr Grün. Ja, da kommt wieder ein bisschen mehr Rot. Da kommt wieder ein bisschen mehr Grün. Oh, ja, ganz schön viel Rot. Wo ist denn wahrscheinlich jetzt die Lidereinheit von denen? Scheiße. Ja, geht immer auf diese scheiß Bergkoppel-Toch oder was bringt denn euch das? Ah. Äh, das haben wir doch verloren. Scheiße. Fuck. In dieser trottelichen KI. Ah, sie macht 6-3 Schleuder Michael. Ah, fuck. Nerf ich, nerf ich, nerf ich. Ja, ich will, ich wurde gefangen genommen. Kann ich jetzt eigentlich? Ja, ich will, ich lehne es ab, aber ich will es. So. Okay. Da bin ich. Alleine. Jetzt ist natürlich die Frage. Gut. Die Clans sind noch. Okay, die mögen mich noch. Die mögen mich auch noch. Ist schon noch ein bisschen Minus, aber noch kein hoher Hass. Scheiße. Ganz guten Einheiten. Ganz guten Einheiten. Weg. Weg. So. Werde ich mal da hinreiten. Ich hab mal keine Kräfte. Oh, scheiße. Stimmt. Mein Inventar. Oh, ich hab ja ganz fährd und alles kaufen. Oh. Hat er mir jetzt mal ein ganz... Jetzt hat er die ganzen Rekruten wegrekrutiert. Ich wär blöde. Drum rekrutieren. So, jetzt geht das Rekrutierer wieder los. Ah. Dort ist das. Ah. Das ist schön. Was ist das denn? Tool aus den Abfällen. Krasser Typ. So. Oh, da kann ich ja Halloween. Kann ich ja... Ähm. Ne. Nogant. Wie sie hier. Halloween. Hier. Ich hab ein bisschen skillen hier. Na ja, für die Gruppe, wenn sie auf der Hauptkarte rastet, äh, für die Gruppe, wenn sie auf der Hauptkarte mobil ist. Machen wir das, so Ingenieurswesen. So, dann... Hat die Pfeil umboren. Ah. Machen wir hier ein bisschen was. Hier was. und die ist ja dieses Fuß am Rix, ne, glaube ich, ja. So, zack, da haben wir Tagesgeld, Truppen haben wir rekrutiert. So, dann würde ich gerne diesen ganzen Schutt verkaufen. Dann nehme ich die mit. Hier. Die alle mit. Die ganzen Viertels. So, da hatte ich gerne zu Fudag. Und ein bisschen Fleisch. Genau. Sehr gut. So, gehen wir hier noch da hin. Truppen. Nehme ich alle mit. Zoom, 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 Zoom. Wie schnell ich mich bewege hier? Krass. 7,4. So, Truppen. Nehme ich alle mit. Ja, ja, so ist das, so ist das, ne. Wenn man fällt, muss man auch wieder aufstehen können. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo sind denn meine ganzen Luys? Jaikant. Jaikant. Was wollen denn die mal in Jaikant? Schwindel, Fliege. So, Ortizia. So, hierfür. Rekrut zu bieten. Alles noch die ganzen Lappen, Rekruten. Werden wir den Krieg erklärt? Ach, die? Ja, können sie machen. Ich habe ja noch Usaias Armee mit 732. Ich bin jetzt erstmal unterwegs. Die werden bestimmt erstmal den dort unten ein bisschen Einheit gebieten. So. Just here und hat eine Aufgabe für mich. Interessiert mich auch gerade. So, hier, Plünderer. Schnappen wir uns. Jetzt kommen wir ran hier. Mensch, jetzt können wir. Bla, 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 bla. So, meine Einheiten brauchen Erfahrung. Ja, 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 ja. So, das. Heil. Heils nicht mehr. Zwei Dänder. Kommt Jungs. Auf sie. Ich weiß, das wäre eine Kartoffel nach mir. Ist Fieber oder was? Bist du blöde? Da kommen meine Jungs. Die hauen die Rusch eine auf die Kuschen. Aua. Zack, zack, jawohl, zerhäckselt ihn. Zerhackstückelt. Rusch schön zerhackstückelt. Na komm. So, Gefangene. So, Rekrute. Machen wir mal. Bogenschützen. Bogenschützen sind nämlich immer gut. Sind nämlich auch arsch wichtig. Ah, Noggins Gruppe. Okay. Die haben er sich oft gelöst. Hm, hm, hm. So, mal gucken, was mein Arbitat ist für... Ah, die hat sich oft gelöst, die auch mehr. So, Truppen. Die mit. Das heißt so. Genau, auch mal... Ach so, ich brauche auch sowieso dann hier. Auf die Kavallerie, da müssen wir eh zum Kuh-Salz. Kuh-Salz. Zieh. Bogenschütz, Bogenschütz, Bogenschütz. Nehmen wir alle. Da piept schon wieder mein Timer. Hallo, aus. Tja, da wird's sagen, ist die Folge vorüber. Schaut mir jetzt auf Screen wieder einer Armee ordentlich zusammenstellen, trainieren und zwar an uns fort. Das wird dann eine Weile dauern. Ich denke, es wird für euch auch recht langweilig sein. Von daher würde ich sagen, wenn euch meine Niederlage gefallen hat, könnt ihr doch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, wie ich mich denn hier so schlage, einfach auf den Abo-Knopf drücken. Das kostet nichts und tut nicht weh. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Monoplate 2, Panellord. Bis dahin, ciao, ciao.